Das dauert mir jetzt zu lang Das ist ja jetzt Scheiße Ach komm, dann versuche ich das Anfänger-Kart-Rennen nochmal Ach, die AMG-Fahrschule Okay, dann mache ich die AMG-Fahrschule Alter, das ist ja nun wirklich cool Anfänger AMG-Fahrschule, sehr geil Mit dem alten SL-Coupé Das ist ja richtig geil, richtig geil Was muss ich hier denn machen? Eine Runde Nürburgring oder was? Ach, der erste Sektor nur Ach, das Fahren gegen Zeit Okay Aber Bronze wird wohl drin sein Ich glaube, die Bezahlung war da auch nicht allzu schlecht Können wir auch das Auto geben, wenn sie wollen Dann verkaufe ich dann Und dann bin ich meinem Ziel schon ziemlich nah Weil der ist schon ziemlich teuer Ich glaube, wenn man den jetzt hier kaufen will Kostet der 3.400.000 Mit späteren Spielverlauf Also wenn man da seine 10 Millionen geschäffelt hatte Das ist natürlich nichts, aber So, am Anfang ist es schon eine Menge Den Kopf aber mal ein bisschen richten Der quetscht mir noch die Birne ab Haltes Auto Fährt gleich ein bisschen anders Ein bisschen wabbeliger, möchte ich sagen Ah, der zeigt sogar den Streckenabschnitt ein Das ist ja cool Also Nürburgring ist das, was wir hauptsächlich im Online-Modus quasi gefahren sind Eigentlich immer Außer mal Top Gear Test Track Um da ein bisschen rumzublödeln Aber sonst ist die Strecke wirklich die angenehmste Abwechslungsreich und groß Relativ schwer Ich heiße natürlich jetzt total im Kopf Also ich kann die Strecke wirklich auswendig Aber trotzdem schwer Wie soll man es sagen Kann ich hier voll rein? Ich denke Oh, es geht Fährt sich ja besser, der Wagen, als ich gedacht hätte Ich hätte auch nicht gedacht, dass der erste Sektor gleich so lang ist Meine Güte Wo endet denn der erste Sektor, wenn ich fragen darf? Jetzt bloß nicht die Kontrolle verlieren Ist noch gut mit dabei Alter Wagen, schlechte Bremsen Shit Shit Da habe ich mir doch glatt Gold durch die Lappen gehen lassen Ärgerlich Hätte ich bedenken müssen Hart am Gas der Wagen, aber die Bremsen für den Arsch Wo gehen denn da die 300.000 hin? Kriege ich da jetzt überhaupt Geld? Gold! 19.000 Okay Und natürlich jetzt Stufe 7 Dann lassen wir jetzt erstmal den zweiten Sektor vom Nürburgring weg Obwohl es ja auch ganz schön ist, alle Sektoren am Stück zu haben Am Ende muss man dann quasi die ganze Runde einmal auf Zeit fahren Was wirklich Da fängt man an zu schwitzen Es dauert mit dem Wagen Ich würde sagen Neun Minuten Ne Ich werde bestimmt sagen Runde 10 Und du musst unter 10 schaffen Oder steht das hier nicht sogar? Ne, steht da nicht Aber das dauert ewig So eine Runde zu fahren Ah, da kriegt man richtig Geld Ah Kannst du mich nicht automatisch in mein Card reinsetzen? Muss ich das jetzt extra auswählen? Meine Güte Ja, ich weiß, dass ich das freigespielt habe Das habe ich eben schon starten wollen Aber du hast mich nicht gelassen Können Sie da nicht auch noch eine Sprachausgabe machen? Tut mir leid Sie können das nicht fahren, weil Sie kein Auto haben Was für eine Quietschkarre Spezial Jetzt mache ich hier schon richtig Progress Und das ohne überhaupt die Lizenzen alle gemacht zu haben Das gefällt mir eigentlich Ich hätte gedacht, ich muss jetzt erstmal alle Lizenzen machen Oder ich hatte es eher so im Gedächtnis Das wäre ja relativ langweilig gewesen Aber so ist es eigentlich noch ganz erträglich, muss ich sagen Vielleicht lässt sich das Spiel ja doch noch let's playen Das ist ja fast nicht zu glauben Zumindest bis zu einem gewissen Grad Clubman Card Cup Yeah Ist aber auch nur ein Rennen, oder? Hab ich das richtig gesehen? Kriege ich für ein Rennen Was war das? Insgesamt bestimmt 30.000? 40.000? Da kommt man dem R8 aber schon sehr, sehr nah Weiß die Frage, kaufe ich den überhaupt gleich? Weil das bringt mir ja wahrscheinlich für die meisten Events gar nichts Aber ich hätte ihn halt gern Das ist natürlich jetzt so ein Zwiespalt Also muss man mal gucken Was für Events man hat und was man da für Autos für braucht Da war ja auch dieser Supercar Cup Ich glaube, da wäre ich mit dem R8 Ganz gut besetzt Das ist echt Ganz schön Anstrengend hier Das hat man sich auch ganz schön wieder umgewöhnt Von einem normalen Auto zu einem Card Heilige Scheiße Äh, ja Das starte ich mal eben ganz schnell neu Hat keiner gesehen Ne? Gut Meine Güte Aber mit der Sicht war ich irgendwie besser War das so? Ja Fünf Runden muss ich auch durchhalten Oh Da muss ich mich auch richtig konzentrieren Das ist auch so eine Sache Wenn man, ich finde so Spiele, wo man sich hardcore konzentrieren muss Eignen sich zum Kommentieren eigentlich nicht Da muss man schon ziemlich gut sein Damit man das so drauf hat Gute Leistung zu bringen Und gleichzeitig noch Was dazu zu sagen Und zwar nicht nur totalen Bullshit Es ist doch nicht wahr Aber ich bin noch im Rennen Zieh es jetzt einfach mal durch Vielleicht 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 komme ich ja noch rein Sagen wir es so Die ziehen aber hier schon mächtig davon Und das ist erst ein Mikkel Und hier muss man schon fünf Runden fahren Da muss man aber schwer Ja wahrscheinlich zehn Und Alter Okay Einen Neustart noch Einen Neustart noch Dann mache ich mich doch lieber wieder an die AMG Schule Weil Lieber Vater Fokus Kein Mist bauen Dann kommt man eigentlich sogar ganz gut durch Wenn erstmal alle Ziele aus dem Weg sind Da fährt man auch viel Konzentrierter Jetzt wenn man jetzt hier ständig Irgendwie ein Reinbrett hat Ja das ist nämlich so Wenn ich jetzt hier So diesen Flow halte Dann sollte ich das eigentlich locker schaffen Hier ist es irgendwie nicht so wer bremst verliert Sondern wer bremst gewinnt Verrückte Welt Ja der bremst mir aber hier irgendwie ein bisschen zu viel für meinen Geschmack Nicht zu viel wollen Nicht zu viel wollen Nicht zu viel wollen Eine Runde habe ich geschafft Ich arbeite nämlich nach vorne Ich meine nicht so ein Staub hier Ja der Arsch einfach weg geht Da kriegst du aber einen Kackstift Ich komme gar nicht mehr ran Ich dachte wenn ich mich hier Auf der Strecke halte schaffe ich das Aber anscheinend brauche ich nochmal ein bisschen mehr So ist die zweite Runde So ist die zweite Runde Boah ich bin hier richtig schnell durch Nicht den Schwung verlieren Das erste Mal dass ich die Kurve hier souvering gemacht habe Hammergut Hammergut Ich komme ran Ich komme ran Noch habe ich Zeit Nur nicht zu viel wollen Nur nicht zu viel wollen Einer noch Einer noch Einer noch Puh Und dann noch zwei Runden jetzt Ja ja Das ist echt anstrengend Meine Güte Hätte ich gar nicht gedacht Da braucht man mega Konzentration für Ich könnte natürlich jetzt die Fahrlinie anmachen Und dann würde ich mir sagen Weil ich bremsen muss Aber Das wird zu einfach Ich werde weiter Gratulismo Veteran Könnte das nicht auf mir sitzen lassen Scheiß Komm Lass mich in Ruhe mit Katerin Vielleicht irgendwann nochmal Die sind ihr Preisgeld anscheinend sogar wert Verdammt 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 Achso Achso Ja ne wollte ich auch gar nicht Lass mich doch in Ruhe Zweiter Sektor Und dann schaue ich mal was für Autos ich denn brauche Für die nächsten Events Die ich dann mal so anpeilen Wollen würde Muss ich halt dementsprechend kaufen Ich denke mal für die ersten paar Events Könnte ich da sogar schon einen Wagen zusammenkriegen für das Geld Vielleicht nicht den besten aber mit ein bisschen Tuning müsste das gehen Ein relativ langer Streckenabschnitt Joa mach mal Ich fand den ersten Dann ja schon relativ lang Heißer Schlitten Sag ich nur Achso Wieder auf vertrautem Gebiet In nem unvertrauten Wagen Ich schätze mal wenn ich alle Events hier von hin nacheinander fahren würde Dann würde ich auch viel besser sein Weil ich den Wagen auch viel besser im Gedächtnis hätte Ich muss sagen er fährt echt nicht schlecht Ist nicht der schnellste Unten raus aber Der gleitet so richtig da hin Mit seinem 160 hier Ja Sauber Bloß nicht wieder zu spät bremsen Keilen hart Joa Muss man auch die ganze Strecke nutzen So Hin und her Hin und her Das ist eine lange Kurve Da vorne endet der Streckenabschnitt Ist doch gar nicht so lang Oh Ah Selbst das ging noch ganz gut Ach der ist hier noch gar nicht zu Ende Oh da steht ja noch 221 Und ich bin doch nicht mal annähernd bei 221 So gut bin ich dann doch nicht Dass ich so einen 30 Sekunden Vorsprung Gold schaffe Ganz gut Ganz gut Komm Die Stoff Gold muss doch wohl drin sein Da müsste dann sogar ein saftiges Preisgeld daraus kommen Hab ja bei Silber schon nicht schlecht abgesahnt Das ist hier noch eine Kurve Da kann man sich gut verbremsen Ja Ja Oh Das schaffe ich nicht Nee Weißt wo Langsam Hätte ich gar nicht gedacht Aber gut Silber ist Silber Soll mir reichen Sechs Sekunden Ey Das ist eine Menge Was kriegt man denn für Gold Warum steht das denn auch nirgendwo Oder steht das denn Ich bin einfach nur blöd Hm Hm Laden Ah steht da doch Und ich bin einfach nur blöd Sechzehn tausend nochmal drauf Für Gold Das ist echt gut Das ist echt gut